Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Ausgabe des mittelhessischen Handkäs Blauderstöbchen. Heute mit unserem Co-Trainer Johannes Wohlraub. Hallo Johannes, schön, dass du bei uns bist. Johannes, du bist jetzt hier seit Juli Trainer in Hüttenberg, Co-Trainer von Emiko Targets. Vorher warst du bei der SG Klenheim. Was hat sich für dich momentan geändert, menschlich, sportlich? Wie gefällt dir die Herausforderung hier? Ja, hallo erstmal auch und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, was hat sich geändert? Es hat sich definitiv mein zeitlicher Aufwand geändert. Ich habe sehr, sehr viel zu tun, bin sehr oft in der Halle hier und bei vielen Trainingseinheiten dabei. Wir analysieren natürlich hier die Spiele auf einem anderen Level, als das in der Oberliga noch der Fall war und das kostet zusätzlich Zeit. Im Büro zu Hause, die man da natürlich aufbringen muss. Aber was sich nicht geändert hat, ist eigentlich der Spaß und das Engagement, mit dem ich hier an die Sache gehe. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich fühle mich wirklich wohl hier in Hüttenberg und bin froh, einfach nur hier zu sein. Für deine Hüttenberge U23 läuft es jetzt zum Saisonstart nicht ganz so rund. Ihr habt jetzt zum Auftakt gegen Melsungen, Münster und Dortzheim verloren. 0,6 Punkte zum Saisonstart. So ehrlich muss man sein, gründlich misslungen. Was ist jetzt euer Plan, um da unten rauszukommen wieder aus dem Tabellenkeller in der Oberliga Hessen? Ja, also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, ist das halt so, dass in unserer Sportart das Ergebnis gemessen wird. Ja, daran wirst du gemessen. Das ist mir bewusst und wenn du mit 0 zu 6 Punkten startest, dann bist du in diesem Punkt nicht gut. Das ist ganz klar. Da kann man dann sagen, der Saisonstart, der ist in die Hose gegangen, wenn man auf die Punkte schaut. Allerdings muss man immer ein bisschen die Voraussetzungen und alles, was dranhängt, so im Hintergrund auch betrachten. Und da ist es eben so, dass ich dort eine sehr, sehr junge Mannschaft trainiere, die sehr talentiert sind, die Spieler, die aber natürlich noch keine Erfahrung haben. Und die Oberliga kenne ich jetzt aus den letzten Jahren als Trainer und davor auch als Spieler ziemlich gut. Ich weiß, was da abverlangt wird, auf welchem Level sich die anderen Mannschaften befinden. Und gerade in dem Punkto Erfahrung, da können wir natürlich noch nichts vorweisen, da wir ein Durchschnittsalter meistens von 19 bis 20 Jahren irgendwie ungefähr haben. Und ja, da bezahlen wir ab und zu gerade noch sehr viel Lehrgeld, weil wir ab und zu Phasen haben, wo wir nicht diszipliniert sind oder uns schwer tun, damit unserem Stil, unserem Spiel, das wir aufziehen wollen, treu zu bleiben. Und ja, das wird eben in dieser Liga knallhart bestraft. Und dann ist das normal, dass du am Ende da als Verlierer vom Parkett gehst. Und deshalb haben wir aktuell 0 zu 6 Punkte. Ja, es hätte sein können, dass wir 2 zu 4 haben. Das hätte ich mir gewünscht. Dann wäre das punktetechnisch so, wie ich es mir erhofft hätte vor der Saison. Ist jetzt nicht der Fall. Also müssen wir irgendwo zusehen, wo wir schleunigst irgendwo Punkte herbekommen. Ja, werden wir schauen. Ich hoffe, das gelingt uns am besten schon am Wochenende. Das hoffen wir alle. Da drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt. Du sprichst an junge Spieler. Malvin Wert war so ein Kandidat, der bei dir im Kader auch stand. Neben seinem Engagement in der A-Jugend, das er natürlich auch gezeigt hat. Jetzt hat er sich allerdings gleich im ersten Spiel in Kreuzband gerissen. Wie schwer wiegt jetzt diese Verletzung? Er war ja immer ein junger Nationalspieler. Wie sehr fehlt ihr euch jetzt? Ja, erstmal tut es mir riesig leid für Malvin, dass er da die schwere Verletzung im Spiel gegen Melsungen schon nach 4 Minuten von sich getragen hat. Leider war das ja auch gar nicht so zu verhindern, da es mit Fremdeinwirkung passiert ist. Er ist beim Gegenstoßspiel in eine Abwehraktion reingekommen mit einem anderen Spieler und das Knie ist ein bisschen rein, stehen geblieben und umgeknickt. Es sah von außen leider schon sehr böse aus und auch dieser Eindruck hat sich dann bestätigt, dass das Kreuzband plus der Meniskus da in Mitleidenschaft gezogen wurden bzw. gerissen sind. Das ist natürlich ein Knacks für unsere U23. Wir beginnen in Melsungen mit drei U19-Spielern, was ich erstmal generell als richtig und als gut finde, dass die jungen Spieler, die A-Jungen Bundesliga spielen, direkt merken, was es heißt aktiv zu spielen und das glaube ich ist auch der richtige Weg für die Förderung von den Spielern. Aber das ist halt nun mal so. Was willst du machen, wenn dann ein Spieler nach vier Minuten ausfällt auf einer Position, die leider auch nur dünn besetzt ist vom Kader von der U23 her. Und das tut uns schon weh, muss ich schon sagen. Aber am meisten tut es mir für den Jungen leid und ich wünsche ihm auf diesem Wege auf jeden Fall nur das Beste, eine gute Genesung, eine gute Reha, sodass er schnell wieder auf die Füße kommt. Das wünschen mir, denke ich, alle. Zuletzt haben wir ja gerade mit Johannes Klein und Tim Lauer zwei Akteure auch aus der U23 den Sprung sogar in die Bundesliga geschafft. Wie siehst du das Potenzial innerhalb deiner Mannschaft? Glaubst du, dass du da in Zukunft auch den einen oder anderen vielleicht an die zweite Liga ran führen kannst? Das will ich doch hoffen. Das ist natürlich die Philosophie und das Ziel von der U23. Wir versuchen dort Spieler auszubilden, um die irgendwann als Eigengewächse im Bundesliga-Kader zu etablieren. Und umso mehr das natürlich am Ende sind, umso mehr freue ich mich und daran sehe ich so ein bisschen auch die Messlatte in meiner aktuellen Aufgabe, die ich hier beim TV Hüttenberg habe. Weil darum geht es und ich sehe da durchaus Spieler, die das Potenzial dazu haben. Ja, wenn ich da an Merlin Fuß oder Simon Böhne und Melvin, der jetzt leider verletzt ist, denke, dann sind das Jungs, um nur drei zu nennen, die definitiv Potenzial haben, die auch jetzt schon mittrainiert haben. Bei der ersten Hälfte, glaube ich, die Jungs können das vielleicht irgendwann mal schaffen. Alles klar. In der zweiten Hälfte der Bundesliga bist du auch in einem Lernprozess. Du bist jetzt Co-Trainer von Emil Kotaric und natürlich auch ganz viele neue Aspekte, die du da sicherlich aufnimmst. Wofür bist du zuständig und was hast du bereits von ihm mitnehmen können? Was hast du da lernen können? Ja, ich habe schon sehr viel von ihm lernen können in allen Punkten, was die Vorbereitung betrifft. Da angefangen, wie man die Steuerung da im Profibereich richtig anpasst, die generelle Trainingssteuerung, Intensität, der Umgang mit den Profis. Ja, also in allen Belangen, die zum Handball zählen, konnte ich da schon sehr viel mitnehmen und nehme weiterhin auch immer viel mit in jeder Trainingseinheit, in der ich dabei bin. Ja, und ich bin, wie gesagt, ja der Trainer der U23. Das ist meine Hauptaufgabe da, bei den Jungs dabei zu sein und die zu fördern. Nebenbei bin ich, wenn es geht, natürlich bei jeder und die Zeit zulässt bei jeder Trainingseinheit, auch vormittags bei der ersten Mannschaft dabei. Und ab und zu bekomme ich von Emil Aufgaben in der Trainingsarbeit, die ich dann zu erledigen habe, sei es beim Aufwärmen, sei es mit Werfen oder sonstigem. Alles, was dazugehört im Athletikbereich. Und ja, zusätzlich versuche ich dann natürlich in Abstimmung auch mit Arno immer noch, das ganze organisatorische Drumherum so ein bisschen zu steuern, dass wir genügend Spieler im Training haben, falls einer ausfällt oder krank ist, dass wir dann von der U23 oder U19, je nachdem wo Bedarf ist und wie die Spieler sich gerade entwickelt haben, dass wir die bei den ersten ins Training schicken und dass die dort mitmachen können. Ist für die Jungs super und ist natürlich dann auch für die Trainingsqualität von der ersten Mannschaft wichtig, dass wir genügend Spieler haben, um ein geplantes Training auch komplett durchführen zu können. Okay, jetzt müssen wir natürlich noch über das Spiel von gestern sprechen, Tag der Deutschen Einheit, ihr wart zu Gast beim VfL Eintracht Hagen. In den letzten Minuten habt ihr leider dann eine Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand gegeben, am Ende knapp verloren mit 28 zu 29. Woran hat es gelegen? Wie hast du das von der Seitenlinie aus gesehen? Ja, woran hat es gelegen? Das ist die schöne Frage immer. Ja, also da ich eine meiner Aufgaben auf der Bank, auch die ist die Statistik da zu führen, habe ich natürlich auch gleich gesehen in der ersten Halbzeit, da haben wir zehn Freie liegen lassen oder zehn Chancen. Davon waren glaube ich auch sechs oder siebenhundertprozentige, die wir machen müssen. Dann glaube ich, gehen wir da mit plus fünf in die Halbzeit. Dann kann das Spiel ganz anders verlaufen. Ja, und in der zweiten Halbzeit, da war es leider so, dass wir jedes Tor, was wir uns hart erarbeitet haben, sofort bestraft bekommen haben mit einem Gegenkonter. Innerhalb von fünf, sechs Sekunden haben wir dann direkt ein Gegentor bekommen, weil natürlich Hagen auch ein verdammt verdammt schnell einen Ball gespielt hat, brutales Tempo, erste, zweite Welle gegangen ist. Die haben nie aufgehört zu rennen. Ich hatte so den Eindruck in der 45. Minute, da war sogar glaube ich mal plus drei, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie vielleicht jetzt platt sind und das Tempo nicht mehr gehen können. Aber das war nicht der Fall und die haben das geschafft, 60 Minuten also auch durchzubrettern mit dem Tempo. Und dann ist es, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, in meinen Augen am Ende auch ein bisschen Pech jetzt diesmal. Ja, also das ist auf Deutsch gesagt echt zum Kotzen, wenn du jedes Mal mit einem Tor da das Spiel verlierst und ja, du fragst dich dann selbst, scheiße, was haben wir falsch gemacht? Was müssen wir das nächste Mal besser machen? Und das macht jeder Einzelne. Das macht bei Emi angefangen, der da super vorweg geht und über die ganzen Verantwortlichen, die dabei sind und die Mannschaft hinweg. Und ich glaube aber, dass es irgendwann dazu kommen wird, wenn wir weiter hart arbeiten und alles geben, dass sich das irgendwann umdreht. Ja, irgendwann wechselt das Glück auf deine Seite. Ja, aber daran musst du zum einen glauben, da müssen alle, die da mit zu tun haben, dran glauben. Und du musst, das zweite Wichtige ist, du musst halt hart dafür arbeiten, jeder Einzelne. Ja, wir müssen in jedem Training weiter Gas geben. Ja, da zu 100% immer da sein und auch bereit für die Drucksituation, die wir jetzt ganz klar haben. Ja, da brauchen wir nicht drum herum reden. Klar haben wir Druck, logischerweise. Aber wenn das der Fall ist, dann bin ich zu 100% davon überzeugt, ja, dass wir irgendwann den Bock umstoßen und das Quäntchen Glück auf uns zur Seite wandert. Chance besteht dir direkt am Samstag jetzt wieder besser zu machen, in der englischen Woche. Am 19.30 Uhr im Sportzentrum Hüttenberg kommt der TV Großwaldstadt. Was habt ihr euch jetzt vorgenommen für das Spiel? Ja, ähm, gewinnen. Ganz klar. Das ist eine klare Aussage. Was könnt ihr da von Großwaldstadt erwarten? Auch ein starker Drittliga-Aufsteiger? Ja, ähm, sie haben jetzt gerade gestern auch deutlich gewonnen, Großwaldstadt, also sie werden mit breiter Brust kommen und bei uns, ja, das kennen wir jetzt schon das Gefühl, ähm, mit einem verloren. Aber ich hoffe wirklich da drauf, ähm, dass wir jetzt, äh, in der Hüttenberger Halle vielleicht, dass das nochmal so ein Punkt ist, äh, wo wir sagen können, okay, jetzt, wir sind hier jetzt in der kleinen Halle, wo wir trainieren und das ist unsere Heimhalle jetzt für die restliche Saison, beziehungsweise, äh, für die, für die meisten Spiele, äh, hier in nächster Zeit und, ja, dann geben wir einfach nochmal, nochmal eine Schippe mehr, äh, die wir dir drauflegen und, ähm, schaffen es dann auch Emotionen, Kampf, alles, was du mitbringen musst, alles, was ich als Hüttenberger Attribute auch bezeichne, ähm, mit den Zuschauern gemeinsam, äh, die, äh, eine super positive Stimmung immer noch machen, also, äh, da stehen wirklich alle dahinter und ich hoffe, äh, dass das auch so ein Punkt ist, der uns einfach dazu bringt, äh, dass wir dann am Samstag jetzt direkt, ähm, den Bock umstoßen können, ist es super, wir haben keine Zeit, äh, großartig über die Niederlage nachzudenken, sondern der Fokus liegt heute gleich wieder auf Großwaldstadt, ja, nächste Aufgabe steht an und es wird allerhöchste Zeit auch, dass wir den Bock natürlich umstoßen und, äh, also, ich bin fest davon überzeugt, dass wir das auch schaffen. Dann wünschen wir euch dafür viel Erfolg, wir sagen danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao. Ciao.